Hallo liebe Partyspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Halligalli Party aus dem Amigo Verlag. Das Ganze ist ein Spiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 15 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele-Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Halligalli Party. In der Spiele-Schachtel findet ihr den folgenden Inhalt. Ich mache das mal auf. Aber das erste, was ihr außerhalb der Schachtel findet, ist schon mal dieser Buzzer. Den braucht man natürlich auch. Zusätzlich gibt es hier drin dann noch eine kleine Anleitung und einen Satz mit Karten. Ja, den Unterbau brauchen wir nicht. Und somit haben wir hier den kompletten Inhalt dieser Schachtel beisammen. Und ich zeige euch als nächstes, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt. Ihr stellt diesen Buzzer in die Mitte zwischen die Spieler, sodass jeder gleich gut hier rankommt an die Bimmel. Die Karten mischt ihr alle sehr gut durch und macht einfach gleich hohe Stapel. Das heißt, wenn ich mit drei Spielern jetzt spiele, dann brauchen wir halt ungefähr drei gleich hohe Stapel. Ich mache es jetzt mal einfach so. Normalerweise vielleicht einfach reihum austeilen. Jeder Spieler braucht vor sich noch ein bisschen Platz, um Karten abzulegen. Also seinen eigenen Ablagestapel vor sich hier auszulegen. Und das ist auch schon der Aufbau. Und ich lese euch mal die Spielidee vor. Die Halligalli-Früchte haben sich ihre Instrumente geschnappt und feiern eine Party. Während des Spiels deckt ihr Reihe um Karten auf. Findet ihr zwei passende Karten, muss geklingelt werden. Wenn eine der singenden Pflaumen aufgedeckt wird, muss ebenfalls geklingelt werden. Wer als erster klingelt, erhält alle aufgedeckten Karten. Derjenige von euch, der am Ende des Spiels die meisten Karten hat, gewinnt. Ein Spieler beginnt das Spiel und es geht einfach darum, dass auf diesen Karten verschiedene Früchte drauf sind mit verschiedenen Instrumenten. Es gibt drei verschiedene Früchte, es gibt drei verschiedene Farben und es gibt drei verschiedene Instrumente. Und immer, wenn zwei gleiche Sachen aufeinandertreffen, also von mir aus zwei gleiche Farben und zwei gleiche Instrumente auf zwei Karten, dann muss geklingelt werden. Also nicht nur, wenn eine Sache stimmt, sondern wenn zwei Sachen stimmen. Eben gleiche Instrumente, gleiche Farbe oder gleiche Früchte. Zwei davon müssen passen und es beginnt der erste Spieler einfach aufzudecken. Und wir decken immer so auf, dass wir von uns weg aufdecken und die anderen Spieler es zuerst sehen, sodass da keine Ungereimtheiten entstehen. Dann ist sofort der nächste Spieler dran, deckt auf. Jetzt haben wir zum Beispiel sofort den Fall, hier haben wir zweimal die gleiche Frucht, eine Erdbeere und die beiden spielen Saxophon. Also was ist zu tun? Natürlich zu bimmeln. Und der Spieler, der läutet, der bekommt jetzt alle Karten, die bisher ausgelegt wurden. Denn in diesem Spiel geht es darum, nicht Karten loszuwerden, sondern viele Karten zu sammeln. Das heißt, er hat jetzt gebimmelt von mir aus und kriegt jetzt diese beiden Karten und legt die unter seinen Nachziehstapel. Dann ist der Spieler, der eben den Stapel bekommen hat, wieder an der Reihe, deckt ihr die erste Karte auf. Und dann der nächste Spieler. Da haben wir gleiche Farbe, aber nicht die gleiche Frucht, auch nicht das gleiche Instrument. Wir decken wieder auf. Auch nichts Gleiches. Wir decken auf. Mhm. Passt auch noch nichts. Wir decken auf. Passt auch nicht. Das ist eine andere Frucht. Wir decken auf. Jetzt haben wir zweimal Erdbeere, aber falsches Instrument. Oder hier haben wir es natürlich. Zweimal Erdbeere und zweimal E-Gitarre. Bam. Der Spieler hier drüben hat aufgepasst. Wir haben hier zweimal die gleiche Frucht und zweimal die E-Gitarre. Das heißt, alle Karten kriegt der Spieler hier drüben, packt die hier unter seinen Stapel drunter und deckt sofort die nächste Karte auf. Jetzt gibt es eine besondere Karte. Das ist die singende Pflaume. Das ist diese Karte hier. Wenn die aufgedeckt wird, dann muss mit nichts zusammengepassen, sondern wenn die aufgedeckt wird, sofort so schnell wie möglich klingeln und dann eben auch alle Stapel einsammeln und zu sich legen. Also die singende Pflaume muss nur einmal da sein. Sobald die aufgedeckt wird, wird sofort hier gebuzzert. Haut der Spieler auf den Buzzer und es gibt kein Pärchen. Er hat da so falsch geguckt und hat die Frucht vielleicht nicht richtig gesehen. Haut hier drauf. Dann muss er jedem Spieler, der mitspielt, von seinem Nachtischstapel eine Karte schenken. Und die schieben die Spieler einfach hier unter ihren Stapel drunter. Das ist also die Strafe. An jedem Spieler eins austeilen. Und so wird es so lange gespielt, bis erstmal ein Spieler keine Karten mehr hat. Das kann auch so rausgehen, dass der Spieler keine Karten mehr hat. Aber hier liegen noch ein paar Karten aus. Dann ist der Spieler noch im Spiel. Erst wenn ein anderer Spieler dann buzzert und ihm alle Karten einsammelt, dann ist er endgültig raus. Also wenn er jetzt noch am schnellsten buzzern würde, obwohl er keine neuen Karten aufdeckt, darf er mit buzzern. Dann würde er die Karten von den anderen Spielern nochmal bekommen und wäre nochmal im Spiel. Aber buzzert er nicht als schnellster und ein anderer macht es, dann sind die Karten auch weg. Und dann ist dieser Spieler raus und hat gar keine Karten mehr. Und die anderen Spieler, die jetzt noch im Spiel sind, die beiden, spielen jetzt noch so lange, bis das nächste Mal geklingelt wird. Und wenn das nächste Mal geklingelt wird, dann wird wieder eingesammelt und das Spiel ist vorbei. Jeder zählt seine Karten, die er bis dahin gewonnen hat. Und der Spieler mit den meisten Karten hat das Spiel natürlich gewonnen. Alternativ kann man auch dann so lange spielen, bis ein Spieler wirklich gar keine Karten mehr hat. Das wird aber ehrlich gesagt auf Dauer dann etwas langweilig, denn dann geht es oft ständig hin und her. Und wenn man gerade mit mehreren Spielern das ganze Spiel spielt und die anderen müssen warten, bis die endlich mal fertig werden, würde ich davon abraten und das Ganze wirklich beenden. Sobald diese zwei Spieler dann nochmal was Gleiches haben und einer läutet und die Sachen nochmal einsammelt, ist Schluss. Und es wird nicht mehr weitergespielt, bis einer keine Karten mehr hat. Wie gesagt, das hat uns echt zu lange gedauert, das ist sinnlos. Ja, so funktioniert das Spiel. Sehr, sehr einfaches Partyspiel mit den bekannten Mechanismen. Wer das mag, der wird hier seinen Spaß haben. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Halligalli Party aus dem Amigo Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.